So, dann sind wir nochmal zurück. Nach der vierten kommt die fünfte und eine neue Folge von den Antworten zum FAQ-Video. Wir waren beim Ismo hier angelangt. Wieso spielst du nicht Harry Potter Go? Ich habe mal eine Folge dazu gemacht, einfach nur um zu gucken, wie das ist. Aber ich habe schon vor der Folge gesagt, egal ob es cool ist, egal ob es mir gefällt, ich werde nur diese eine Folge machen, um das mal zu zeigen. Denn ich habe wirklich keine Zeit, 20 Sachen zu machen gleichzeitig. Ich meine, mache ich ja so schon mit dem NAR-Battle und dem Kanal. Aber Harry Potter Go, das ist für mich alles von der Umgebung her so düster und so mittelalterlich. Mir gefällt das Setting einfach auch nicht. Und selbst wenn es cool wäre, wie gesagt, hätte ich das so nicht spielen können. Wieso kaufst du dir keine Yu-Gi-Oh!-Karten? Bevor ich mir Yu-Gi-Oh!-Karten kaufen würde, würde ich mir wahrscheinlich Pokémon-Karten kaufen. Aber ich kaufe mir ja nicht mal Pokémon-Go-Karten. Pokémon-Karten, obwohl ich dazu mehr Bezug habe. Also warum Yu-Gi-Oh!-Karten? Yu-Gi-Oh! Ist nicht mein Fall. Kenne ich mich nicht mit aus. Brauche ich auch keine. Wieso lässt du dir keinen Bart mit TH wachsen, an dem dann Bier und Essensreste hängen? Manchmal habe ich das ja schon bei der Oberlippe hier, wenn das wieder ein bisschen haariger wird, dass hier immer der ganze Käse von den Burgern dran rumklebt. Ist aber natürlich lästig. Und diese Haare im Mund, die man permanent hat beim Essen, stören auch. Deswegen immer Bart abmachen. Wann findet die Heirat mit Sabrina Spiel statt? Wie ist das ein Kunde? Vor allem, weil in der ersten Folge war das bestimmt noch, hat Sabrina ja gefragt, wann die Heirat mit Pupsi stattfindet. Und ist, wo fragt einfach, wann findet die Heirat mit Sabrina Spiel statt? Gar nicht. Weil wenn ich überhaupt heiraten würde, dann wahrscheinlich Pupsi. Klingt komisch, ist aber so. Wieso isst Öttinger dein Lieblingsbier? Mittlerweile müsste ich sagen, ich habe damals immer Öttinger getrunken, weil es sehr preiswert war und weil es mir egal war, was ich trinke, weil ich fand Bier sowieso. Jedes Bier schmeckt eklig und bitter. Also habe ich lieber das günstigste genommen. Dann habe ich ja irgendwann das 5-0-Dosen-Bier entdeckt, was ich auch aus Flaschen und aus Dosen eigentlich richtig genial finde, weil ich finde, das ist gar nicht so bitter. Also eigentlich müsste 5-0-Dosen-Bier mein Lieblingsbier sein. Trotzdem fand ich es cool, dass alle Leute so gegen Öttinger gehetzt haben. Und immer, Öttinger ist eklig, Öttinger ist Pisse, Öttinger, wer Öttinger trinkt, der... Und deswegen habe ich mir damals extra einen Öttinger Pullover gekauft und eine Öttinger Jacke. Einfach nur, weil das waren die Außenseiter sozusagen und ich will nicht mit dem Mainstream schwimmen. Ich mache keinen VW-Song, wenn ich fortfahre. Und deswegen würde ich einfach einen Öttinger Song lieber machen, Öttinger so kacke ist und gerade deswegen, weil es so kacke ist, würde ich es lieben. Verstehst du? Gut. Wenn ich die 2000 Abos knack, machst du dann 2000 Liegestütze? Ich würde 20 vielleicht für dich machen. Jeden Tag eine und dann zusammenschneiden. Willst du mal versuchen, an einer Laterne Bierpower zu machen wie Natururin? Könnte ich versuchen, ja. Ich glaube aber jetzt schon, dass ich mir dann bestimmt irgendwas verrenkt oder brech oder irgendwas anderes Schlimmes passiert. Aber als so nicht trainierter Ramses mit dünnen Ärmchen würde das bestimmt nach hinten losgehen. Scheißt du in fremden Restaurants neben den Klodeckel? Nicht neben den Klodeckel, auch nicht auf den Klodeckel. Und dann ist es auch egal, ob es ein fremdes oder ein bekanntes Restaurant ist. Wenn, dann scheiße ich immer in das Klo rein, also direkt in die Kloschüssel. Wieso besteht deine Aufnahmebox aus Eierschalen? Weil ich zu gierig war, um für viel Geld teure Schaumstoffabdeckungen zu kaufen. Deswegen habe ich aus Spaß das hingeklebt. Und alle denken, boah ist das cool, guck mal, sogar verdichtet. Wieso kaufst du dir keine Goldfische? Weil ich die nutzlos finde. Die sind da im Wasser den ganzen Tag und irgendwann schwimmen sie oben und sind tot. Da hast du doch mehr davon, wenn du eine Katze hast, die die Goldfische isst und durch die Gegend schleppt. Und von A nach B rennt, das bringt auf jeden Fall mehr Leben. Was war die blödeste Frage, die dir hier einer gestellt hat? Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall eine von dir. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich das mit der Kloschüssel. Ob ich in fremden Restaurants neben den Klodeckel kack. Das war die blödeste bisher, glaube ich. Wie hast du Sandra kennengelernt und würdest du Online-Dating-Apps empfehlen? Erstmal würde ich keine Online-Dating-Apps empfehlen. Denn eigentlich, wenn ihr irgendwelche Online-Dating-Apps nutzt, die meisten Frauen, die da angemeldet sind, sind eh nur auf Sex aus. Ihr werdet da keine richtige Beziehung finden. Jetzt würden die Frauen sagen, was redet der? Ich als Frau bin angemeldet und die meisten Kerle, die mich anschreiben, sind nur auf Sex aus. Aber das ist das ja, weil die meisten Frauen, guck mal, Frauen haben es doch so leicht, einen Partner zu finden. Eine Frau spricht auf der Straße einen an, wollen wir mal einen Kaffee trinken? Fast jeder würde sagen, oh, was? Uh, bin ja total, warum nicht? Okay. Wenn du als Mann das machst, hey, wollen wir mal einen Kaffee trinken? Geht's? Äh, ich bin schwul. Was? Also wenn, dann ist die Lesbische, ich weiß, aber trotzdem. Wenn du als Frau auf der Straße hingehst, hey, Bock zu ficken, dann sagen 99% der Männer, ja klar. Wenn du das als Mann machst, hey, Bock zu ficken, kriegst du eine Ohrfeige, eine Anzeige und bis du die eine triffst, die ja sagt, das kann dauern. Andersrum, Frauen haben doch immer Glück. Warum sollten Frauen eine Dating-App nutzen, um die wahre Liebe kennenzulernen? Die haben, die haben die besseren Karten, wenn's, äh, wenn's darum geht, meiner Meinung nach. Deswegen, ich glaub, Frauen, die in Dating-Apps wirklich aktiv sind oft, sind welche, die wollen eigentlich gar nicht eine feste Beziehung. Die suchen geile Kerle aus der Umgebung, die wollen den mal daten, aber nächste Woche haben sie ein Date mit dem und mit dem. Und das sind welche, die, 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 die sind nicht so auf Beziehung aus und wollen was Festes. Und Männer denken sich, gut, auf der Straße gibt's nur gescheite Frauen. Ich geh immer in die Online-Welt, da find ich ja willige Biester zum, äh, zum Snacken und dann ist gut, aber würde ich nicht empfehlen. Also wenn ihr ein paar, wenn ihr seid wie hier, Jeff, ne, geht in die Dating-Apps, habt euren Spaß, seid wie der Rest der Welt, aber macht's halt wie ich. Geht zum Rewe, seht, da kommt eine vom Bäckerstand raus, sagt, hallo, hey, wie geht's, zack, und dann, so muss das sein. Und schon habt ihr die Sandra kennengelernt vom Rewe. Ich mein, gut, wir haben uns über Facebook auch mal gesehen, von Freunden über Freunde über Freunde, aber das ist ja keine Dating-App. Man ist befreundet mit A und B und C, ABC ist befreundet mit DEF. Irgendwann kriegt DEF mit, dass ich existiere durch ABC, über Bilder, Kommentare, sonst was, dann sieht man mal was, man schreibt mal kurz was, sagt mal hallo, keine Ahnung, und irgendwann trifft man sich dann mal so durch Zufall und schon merkt man, hey, das war doch voll cool heute, bist ganz sympathisch und dann trifft man sich vielleicht mal absichtlich und schon kann das passieren, ne. Wieso beginnst du keine Karriere als Wrestler? Weil das in Deutschland sicherlich, äh, richtig schlecht ist, da wirklich Karriere zu machen. Die richtige Karriere bringt's nur bei der WWE, aber da kommst du als Deutscher ja erst recht nicht hin. Außerdem hab ich ja so viele gesundheitliche Einschränkungen mit meinem kaputten Krüppelrücken, dass ich da nicht lange durchhalten werd. Wieso hast du Freibäder? Weil ich nicht schwimmen kann. Ich hab zwar erfolgreich den Schwimmkurs bestanden, aber ich kann nicht schwimmen, deswegen geh ich immer nur so in, in so, ins Thermalbad, wo die alten Menschen sich treiben lassen, wo's blubbert im Wasser, wo du chillen kannst. Das ist für mich schöner als Freibad, wo du so bist und alle drehen durch und schreien rum und hüpfen da durch die Gegend und du denkst, Alter, das ist immer so ein Getummel, das ist einfach nur Stress. Wenn du mehr Hände hättest, würdest du dann auch mit mehr Handys Pokémons fangen. Wenn ich noch ne Hand hätte, dann könnte ich auf jeden Fall noch drei Handys bedienen. Wieso setzt du dich immer hin und machst Livestreams? Weil es Spaß macht? Hast du schon mal den Straßenboden mit der Zunge abgeleckt? Nein. Ich hab aber mal, als ich beim Bus ausgestiegen bin mit dem Hesse, da lag so ein Imbisspapp und da war Ketchup drauf und so ne Gurkenscheibe. Und dann sind wir ausgestiegen und dann, ah, Digga, guck mal, Gurke! Und dann sind wir hin und dann hab ich die einfach in das Ketchup getunkt und gegessen und er, oh, du bist so räudig! Und ich, warum? Die war doch auf dem Teller! Aber nicht die Straße, weil, wozu? Das bringt ja nichts. Hast du schon mal in eine Badewanne reingeschissen? Kann ich mich auch nicht erinnern. Ich glaube also, nein. Ich hab schon mal neben das Klo geschissen. Bei mir zu Hause. Nicht in fremden Restaurants. Aber nicht in die Badewanne. Und da war das Problem, ich hatte übelst den Durchfall. Und gleichzeitig war mir so schlecht, ich musste brechen. Ich sitze auf dem Klo, habe Durchfall, ich merke, ich muss brechen. Ich beuge mich nach vorne, ich breche in das Waschbecken und in dem Moment kriege ich wieder Durchfall. Und dann schießt das einfach raus und sprühe die ganze Toilette ein, Digga. Ich denke, was ist los? Dann lag ich dort in meinem eigenen Erbrochenen und in der Scheiße und... Das war auf jeden Fall richtig heftig. Das hat Pupsi aber zum Glück nicht miterlebt. Das war noch in meiner vorherigen Beziehung. Hast du jetzt alle 5-0-Bierdosen von Was ist los mit dir? Wir trinken Dosenbier leer getrunken. Ja, die sind alle leer. Der Ditschen hat auch mitgeholfen. Hast du mal deiner Katze in den Schwanz gebissen? Gebissen nicht. Ich habe ihn aber mal in den Mund genommen. Dann lag die so vor mir. Und ich habe so an ihrem buschigen Schwanz so rumgekaut. So, ham, ham, ham. Und dann habe ich gemerkt, die reagiert gar nicht. Dann habe ich immer weiter einfach diesen buschigen Schwanz in den Mund genommen, bis ich beim Anschlag war. Und der sitzt immer noch da. Und ich denke, toll. Dann habe ich den so rausgezogen und dann war der komplett nass. Und ich habe gedacht, hm, darüber muss ich mit meiner Psychologin reden. Es kam aber leider nie dazu. Wieso trägst du keine Kontaktlinsen? Man ist es gewohnt. Mein Anblick mit Brille einfach. Deswegen glaube ich, Brille passt. Brille muss sein. Und wenn ich sehe, was Pupsi für Probleme hat mit ihren Kontaktlinsen, was sie für einen Stress damit hat, das Reinmachen, Rausmachen, alle 5 Minuten, boah, das drückt, oder, oh, ich glaube, ich habe da jetzt was, oder, oh, ich glaube, die ist jetzt gerissen und, oh, ich muss schon wieder neue bestellen. Den Stress möchte ich mir nicht antun. Wie viele Tattoos hast du? Ganz viele. Kann ich, glaube ich, gar nicht alle aufzählen. Weiß ich nicht. Da ist auch die Frage, was zählt als ein Tattoo und was zählt als mehrere? Wenn manche vielleicht nachträglich zusammengefügt sind, ist das dann was Neues oder ist das dann nur noch eins? Sagen wir mal so 50 Stück. Hast du noch alle Zähne? Weiß ich nicht. Ich glaube, sie haben mir bestimmt, neben ein paar sind bestimmt schon mal ausgefallen als kleines Kind. Trägst du überhaupt eine Unterhose? Ja, meistens dieselbe. Verkaufst du deine getragenen Unterwäsche im Internet? Bisher noch nicht. Überlebst du überhaupt einen Tag ohne Internet oder ohne Handys? Ja, musste ich auch schon. Weil damals, als ich die Anzeige hatte von der Chucky, wo ich vier Anzeigen hatte, die alle fallen gelassen wurden, dann irgendwann, haben die mir trotzdem ein halbes Jahr mein Handy abgenommen. Ich war den ganzen Tag nicht erreichbar. Ich bin den ganzen Tag durch die Gegend. Es war okay. Man hatte viel mehr Zeit für andere Dinge. Aber jetzt mit Kanal ist das komisch. Hast du schon mal gebratene Bienen gegessen? Nein, nur gebratene Bananen. Kannst du mal sagen, Ismo, der biertrinkende Biertrinker, der auch bekannt als Penisbomber. Hä? Naturin konnte das nicht fehlerlos aussprechen. Ismo, der biertrinkende Biertrinker, auch bekannt als Penisbomber. Der war zu viel. Also Ismo, der biertrinkende Biertrinker, auch bekannt als Penisbomber. Gut. Hattest du schon mal Sex mit einem Autoreifen? Nein. Aber erzähl mir bitte mehr von deinen Vorlieben. Hast du deine ganzen Handys mal auf deinen Penis gelegt und dann alle angerufen, um durch die Vibration zu kommen? Nein. Vor allem, dann muss man ja anrufen und gleich wieder auflegen und dann den nächsten anrufen und wieder auflegen. Das ist ein ewiges Gefummel. Das funktioniert doch so nicht. Weil wenn die Dinge rangehen, vibriert es doch nicht mehr. Wenn, dann müssen die ja anrufen. Aber die legen ja dann auch irgendwann auf. Hattest du schon mal mit Tieren Sex? Nein. Digga, was ist mit dir eigentlich los? Erst mit Autoreifen, dann mit Tieren. Würdest du Pokémon Go spielen, aufhören und ins Ausland ziehen? Ins Ausland ziehen? Ja. Können wir mal machen. Aber warum muss ich dafür mit Pokémon Go aufhören? Ich würde natürlich weiterspielen und im Ausland spielen. Würdest du ein Jahr jeden Tag eine Flasche Whisky trinken? Wüsste ich nicht, wofür das gut sein soll. Dann eher eine Flasche Wasser. Würdest du eine Palme hochklettern, um an Kokosnüsse zu kommen? Ich habe jetzt ja noch keine Palme gesehen. Ich weiß auch nicht, ob man da gut hochklettern kann oder ob man dann runterfällt und tot ist. Mich interessieren eigentlich die Kokosnüsse nicht. Aber man könnte ja mal probieren, eine Palme hochzuklettern. Würdest du deinem Nachbarn über den Gartenzaun kotzen? Mein Nachbar ist ein Polizist. Bei dem würde ich es vielleicht nicht machen. Der riecht sich eh schon immer so auf. Wegen nichts. Aber wir wissen ja alle, als ich bei dir war, dass ich bei deinem Nachbar über den Gartenzaun gekotzt habe. Nachdem du den ganzen Tag mit mir Asmatics gehört hast. Daran lag es wahrscheinlich. Und Shisha geraucht hast und Nachos gegessen hast. Und irgendwann war es dann zu viel. Dann kam es raus. Würdest du Insektenspray essen? Nein. Würdest du ein neues Leben in Toronto anfangen? Ist das jetzt das Ausland, ja? Warum Toronto? Ist es da nicht kalt? Ich bringe das immer mit Kälte in Verbindung. Wann machst du eine 100 Kilometer Wanderung mit Natururin? Ich glaube, Natururin möchte das nicht, weil er denkt, dass ich nach 10 Kilometer tot bin. Würdest du als Zuhälter oder Türsteher arbeiten? Also wenn dann eher als Zuhälter, weil als Türsteher hast du ja auch Männer, die reigen wollen, aber als Zuhälter hast du ja nur Frauen, die dann bei dir ankommen und dir das Geld geben. Wie viele Klimmzüge schaffst du am Stück? Nicht mal einen. Warst du schon mal in einem Keller gefangen? Nein, aber in einem Altpapiercontainer. Wie viele Burger isst du an einem Tag? Ich esse nicht jeden Tag Burger und wenn, dann esse ich halt vielleicht mal zwei oder so. Wie viele Sexorgien hattest du schon? So richtige, heftige, große Sexorgien, gar keine. Wenn du ein was zählen würdest und das als Orgie benennen würdest, dann halt eine. Aber das war eigentlich relativ harmlos. Das waren nur mehrere Leute in einem Raum und dann kommt da der Lümmel von dem anderen an und wühlt da an deiner damaligen Bekanntschaft rum und naja, egal. Wir gucken Kinder zu. Schaust du dir manchmal Animes an? Früher habe ich das oft. Visions of Escaflown und so Zeug oder hier City Hunter so Sachen. Golden Boy. Mittlerweile eigentlich gar nicht mehr. Hast du drüber nachgedacht, deine Augen zu lasern? Ich glaube, wenn das schief geht, sehe ich gar nichts mehr. Und wie gesagt, man kennt mich mit Brille. Ich glaube, die Brille passt. Können wir so lassen. Wie teuer war deine Brille? Ich weiß es gerade gar nicht. 150 Euro vielleicht? Also so 140 Euro die Gläser und 10 Euro das Gestell. Trägst du im Sommer bauchfrei T-Shirts? Nein. Wenn, dann trage ich gar kein T-Shirt, das der bauchfrei ist. Mit welchem Mittel polierst du dir deine Glatze? Auch gar nicht. Ich habe ja auch gerade keine. Und wenn, dann war die nicht zum Polieren, weil da immer Stoppel drauf waren. Hast du deinen Penis mal in einen Baumstamm reingesteckt? Habe ich auch noch nicht gemacht. Wie gesagt, erzähl mir mehr. Tiere, Autoreifen und Baumstämme. Was war bisher deine beste Rapper-Line, die du je geschrieben hast? Boah. Du weißt von Ich war mal hirntot. Der Metzger ist aktiv mit seinen Mod-Instrumenten. Irgendwas, keine Ahnung, denn es gibt dort frische Lenden. Das war, glaube ich, das war cool. Mord-Instrumenten, dort frische Lenden. Die war nice. Die halten wir uns mal fest. Wieso hast du Dorfmonster erschaffen? Wer das nicht weiß, Dorfmonster ist mein zweites Ich als Rapper, wenn ich mit Michael Myers Maske rumrenne und tiefe, böse, brutale, perverse Texte wiedergebe, einfach irgendwo auch zum Stress erbaue, zum Ausgleich, dass ich halt Hass und Wut von mir ablassen kann. Wie groß ist dein Bauchumfang? Ich weiß es nicht. Habe ich nicht gemessen. Circa ein Bierfass. Wie groß ist dein Arm? Ne, wie groß ist dein? Oder Armumfang? Soll das dein dein heißen? Oder Armumfang? Weiß ich auch beides nicht. Habe ich auch nicht gemessen. Ich habe auch kein Maßband. Ich weiß nicht, wie man das messen soll. Wieso bringst du jeden Tag drei Videos online? Es ist unterschiedlich. Meistens mache ich ja ein Pokémon-Video und wenn es sein muss, einen Stream oder ich mache ein Pokémon-Video und ein anderes Video oder ich mache ein Pokémon-Video und nichts oder ich mache ein Pokémon-Video, ein Stream und ein anderes Video. Wer viel macht, kann auch viel zeigen. Hast du schon mal mit deiner Brust eine Wassermelone zerschlagen? Nein. Welches Badöl benutzt du? Gar keins, obwohl ich welches habe, was meine Mama mir geschenkt hat, aber ich habe das noch nie benutzt. Wann trägst du einen Anzug? Vielleicht zu meiner Hochzeit. Was ist dein Lieblings-Pokémon? Sag mal einfach mal wieder Raupi. Irgendwie fällt mir immer Raupi ein. Hattest du schon mal einen Bartmon gefangen? Nein, habe ich auch nicht. Das gibt es gar nicht. Was für ein Auto fährst du? Einen Opel? Mehr weiß ich gar nicht. So einen kleinen verschissenen Opel. Opel Astra, Opel Trekstar. Ich weiß gar nicht, was das ist. Digga. Willst du mal von YouTube leben? Wenn das passieren würde, dann gerne. Was würdest du mit einer Million Euro machen? Ähm, ja, was? Ich würde mir wahrscheinlich ein Haus bauen mit Garten, mit Pool. Würde gucken, dass es meiner Mutter gut geht und meinen Verwandten. Würde öfters dann auch Leute einladen zu mir, Abonnenten, Fans, Freunde, würde denen was Gutes bescheren. Ich wäre dann nicht der Typ, der dann sich das teuerste, neueste Auto kauft oder das teuerste, neueste Handy und jeden Tag Kaviar isst. Ich würde einfach nur gucken, dass ich mal weg bin hier von der Miete und weg von der bösen Stadt, sondern einfach nur gechillt im Grünen irgendwo lebe und alles super ist. Am besten, wenn man eine Million hat, einfach auf die Bank bringen und von den Zinsen leben, das geht natürlich auch. Wenn du dann 7000 Euro im Monat kriegst, einfach so, kannst du damit auch ja was anfangen. Bist du schon mal ein Speedboot gefahren? Nein, bin ich nicht, habe ich auch eigentlich nicht vor, weil Wasser, du weißt, Wasser, habe ich Angst. Wie viele Filme von Bud Spencer hast du und wie viele kennst du? Bitte Aufzählung mit Liste, weil ich gerade welche schaue. Ich habe so eine Box, da sind glaube ich 25 drin, ich hatte eine zweite Box nochmal mit 25, die habe ich aber dann verkauft, weil das die ganz alten Filme waren, die ganzen Western-Sachen und so, die mich dann weniger interessiert haben und ansonsten kennt man natürlich die Klassiker, so zwei wie Pech und Schwefel, zwei außer Rand und Band, die linke und die rechte Hand des Teufels, das ist doch auch wieder Klassiker, zwei sind nicht zu bremsen, zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle, der kleine, der große mit seinem außerirdischen Klein, das klingt schon wieder pervers, hier, wie hieß das, dieser Supercorp mit Terrence Hill, auch richtig guter Film, auf jeden Fall, oder der Bomber mit Bud Spencer, Banana Joe, es gibt so viele gute Filme, so viele coole Sachen, kennt man alles, wisst ihr alles so, wer ist der Lieblings-Wrestler, wieso feierst du die neue Generation? Mein Lieblings-Wrestler war früher eigentlich immer Mankind, mittlerweile wie gesagt, Rey Mysterio, Eddie Guerrero, feiere ich immer noch, von den Neueren, die aktuell immer noch vertreten waren, mag ich eigentlich Braun Strowman, richtig hart, und Seth Rollins, Seth Rollins als böser, edel, so muss das sein, so stellt man sich einen Heal vor, wenn die Alte viel cooler war, mit The Rockstone, Cold Triple H, und Bugatti, und den ganzen Bekloppten, ich sage ja auch ganz offen, dass die Attitude-Era früher viel krasser und besser war, und heutzutage nur noch Bullshit kommt, aber von den heutzutage, finde ich trotzdem Braun Strowman, so Brock Lesnar, Seth Rollins, das sind trotzdem Pakete, die gute Matches liefern, Wann bist du das letzte Mal ein Flusspferd geritten? Noch nie? Hast du schon mal probiert, eine Schraube in deinen Kopf zu drehen? Nein? Hast du dir schon mal stundenlang einen Stein angeschaut? Nein? Wer ist dein Vorbild? Vorbild, Vorbild, Stefan Raab, weil der kam auch aus dem Mist, und dann hat er die Leute unterhalten, war sehr sympathisch, hat viel gemacht, war sehr kreativ und abwechslungsreich, Stefan Raab, genau. Was ist dein weiblicher Lieblingsname, also wenn du eine Frau ansprichst, beziehungsweise an sie denkst, welcher Name würde dir da am besten gefallen? Ja gut, meine Ex, hier habe ich immer Schneckli genannt, wegen Honigkuchen Schneckli, statt Honigkuchen Pferd, dann war es immer Schneckli hier, Schneckli da, und Sandra ist halt Pupsi, aber nicht, weil die so viel pupst, sondern einfach Pupsi halt. Ansonsten, was habt ihr denn? Schatz oder Maus oder Schnucki, das ist ja alles das gleiche. Wie oft am Tag wechselst du deine Unterhose? Ich wechsle die nicht öfters am Tag. Wie unterdrückst du deine Aggression? Entweder mit Musik, oder einfach rauslassen. Wie viel Whisky trinkst du am Tag? Nichts. Wie viel Pfeffi trinkst du täglich? Vielleicht einmal im Monat. Wenn du eine Shisha hättest, wie oft würdest du die rauchen? Alleine wahrscheinlich gar nicht, vielleicht mit Freunden mal, vielleicht mal an einem Wochenende, vielleicht auch einmal im Monat. Servus Ramses, mich würde interessieren, wieso der Adi Adi heißt und wie lange du ihn schon hast. Ich sehe, wir sind auch schon wieder bei 24 Minuten, aber ich glaube, wir haben nicht mehr so viele Fragen. Jetzt kommt der Georg noch. Der Adi heißt Adi, ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal irgendwo erzählt. Sandra wollte mir unbedingt eine Katze geben und die Katze, die sie rausgesucht hat, die war so klein und hat hier einfach so einen schwarzen Balken gehabt vor der Nase. Dann habe ich gesagt, oh, guck mal, der kleine Adolf. Sie auch, Mann, du bist voll gemein. Ich habe gesagt, wieso denn? Er sieht doch so aus. Und dann habe ich immer gesagt, ich will keine Katze, ich will nicht. Und irgendwann habe ich gesagt, oder, eigentlich ist das doch voll süß, so einen kleinen Adi zu haben, oder? Das wäre doch voll nice. Dann habe ich ihr auch gesagt, ja, dann frag halt mal nach. Dann hat sie nachgefragt und dann hat sie gesagt, er ist nicht mehr da, den gibt es nicht mehr. Und obwohl ich mich die ganze Zeit darüber lustig gemacht habe, habe ich diese Vorstellung dann plötzlich so geliebt, diesen kleinen Adi zu haben und mich darum zu kümmern. Und als ich dann gehört habe, dass der nicht mehr da ist, dann war ich voll traurig auf einmal. Ich stand sogar in der Bartöne und habe geweint und habe gesagt, toll, so einen wie ihn gibt es doch nicht nochmal. Es gibt doch nie wieder einen Adolf, als Katze. Und dann war ich, ich war so fertig mit der Welt. Dann hat sie weitergesucht, weitergesucht, hat ihn rausgesucht. Dann habe ich gesagt, ja und, das ist aber nicht der Adolf, der sieht ja ganz anders aus. Und sie, ja, wir fahren trotzdem mal hin, wir gucken uns den an. Und als wir dann dort waren, und er hat mich so angeguckt, dann war der voll niedlich. Und ich habe gedacht, oh, es ist zwar nicht der Adi, aber den nehmen wir trotzdem mit. Und weil wir keinen Namen hatten, habe ich den Namen einfach übernommen und dann war es für mich der Adi. Und so ist der Name geblieben und meine Mutter hat letztens auch wieder gesagt, es gäbe keinen besseren Namen als Adi. Das ist, das passt einfach zu ihm. Du kannst ja nicht einfach Schnurri sagen oder oder Minsel oder Munsel oder was weiß ich alles. Keine Ahnung, wie die Leute ihre Katzen nennen. Das ist halt Adi, ne? Der ist auch ein richtiger Rabauke. Wie lange hast du ihn schon? Wie gesagt, ungefähr jetzt eineinhalb Jahre. Ist Pupsi deine Freundin oder verheiratet? Und wen, ja, wie lange? Pupsi ist meine Freundin, ja, seit dem 6.6. 2018. Das weiß ich aber nur, weil sie bei ihrem Handy die Tastensperre, weil sie da das Datum drin hat und deswegen sonst, ich habe vorhin extra noch mal nachgeguckt. So ist es nicht, ne? Als ob ich wüsste, wann wie wo. Ich will, wenn sie mich verlässt, nicht so gekränkt sein. Deswegen darf ich mich nicht so tief da reinlassen. Trotzdem stehe ich hinter dir, Pupsi. Ich liebe dich. Also verheiratet noch nicht, aber mal gucken, vielleicht in den nächsten 10 Jahren. Wir haben noch genau eine Frage vom Agihalmi. Hast du schon, achso, hier, mehr Anzeigen. Bitte schön. Hast du schon mal drüber nachgedacht, T-Shirts oder Hoodies auf den Markt zu bringen? Keine Ahnung, ob es das schon gibt von dir. Können wir aber so einen Hoodie mit einem Foto von Adi in schwarz-weiß ganz gut vorstellen. Oder mit einem Schriftzug, Ramses der Dicke, wäre schon irgendwie cool. Würde ihn auf jeden, würde ihn auf alle Fälle kaufen. Grüße aus dem schönen Bayernland. Gut, so ein T-Shirt mit Adi drauf. Es gibt so viele T-Shirts im Internet mit Katzen drauf. Wer würde denn dann wissen, dass das der Adi ist und dass das so Merchandise ist? Außer es steht noch drauf Adolf Hess. Dass die Leute wissen, ach, hier, der Adi vom Ramses. Und ein Schriftzug. Ramses der Dicke. Ich weiß nicht, mit einem coolen Logo, mit einem coolen Bild, mit irgendwas. Wäre das vielleicht mal eine Überlegung, aber ich glaube, weil nicht so viele Leute Interesse dran haben, ist das einfach ganz weit weg, diese Idee. Ich hatte zwar für meinen MC Ramses, für meinen Kanal, für meine Musik, hatte ich diverse T-Shirts bei Shardinado und so anfertigen lassen. MC Ramses hier, MC Ramses da oder Pullover mit No-Hirn-Records. Die hatte ich eigentlich für mich gemacht, aber als ich dann Bilder davon gepostet habe, haben viele Leute gesagt, ey, das sieht voll cool aus, kann man dir das abkaufen, ich will das unbedingt haben. Und so habe ich dann ein paar Sachen für Leute erstellt und denen geschickt, wo aber wirklich die direkt den Preis bezahlt haben, den es auf der Seite kostet, uns an die direkt geschickt wurde. Ich habe damit also nichts verdient. Wenn man jetzt über einen Shop sowas macht und ein T-Shirt kostet vielleicht 15 und wenn du sagst, du willst 5 verdienen, dann kostet es 20 und dann bestellen die das für 25. Ich verdiene 5 Euro und die geben 25 aus, ich weiß nicht. Also, da müsste, das müsste alles größer sein, man müsste einen Vertrieb kennen, der günstige T-Shirts anfertigen kann, die man dann hier liegen hat, die man auch, wo man Abnehmer dafür hat, dann wäre das auf jeden Fall was anderes. Das war jetzt die letzte Sendung. 29 Minuten, ich muss auch los, es ist schon um 1. Die Mama hat bestimmt schon nachgefragt, wo ich bin, wo ich bleibe. Ich kann es noch ganz kurz einmal aktualisieren, nicht, dass noch eine Frage dazugekommen ist. So, damit wir auch wirklich alles haben. Sortieren, nach, neueste zuerst, und wir sehen, die letzte Frage war Agihalmi, vor 16 Stunden, das war es also vom FAQ-Video. Ich hoffe, ihr habt euch alle Teile reingezogen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt die Fragen halt immer noch unter die einzelnen Teile, die ich so hochlade und dann werde ich die halt im Kommentarbereich beantworten. Das war es aber von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.